Hier erkläre ich dir jetzt, wieso Ambient Occlusion mit der Unreal Engine 5 standardmäßig nicht funktioniert und zeige dir, wie man es trotzdem möglich machen kann. Wir haben jetzt hier zwei Cubes. Beide benutzen eine Variante vom Amtek Panel Material, was wir kennen aus dem Starter-Content hier. Wahrscheinlich alle schon tausendmal gesehen. Wenn wir jetzt hier einmal reingehen, das ist jetzt hier die normale Variante, so wie sie out of the box erscheint. Und auf der rechten Seite haben wir jetzt hier eine abgewandelte Version. Da ist halt nur Ambient Occlusion drin. Und eine 1 hier für die weiße Farbe. Wenn wir jetzt hier weiter nach links gehen, dann sehen wir, dass das normalerweise hier aus dem Texture Sample kommt, wo dann diese Textur hinterlegt ist. Wenn wir die wieder auseinander nehmen und RGB rausnehmen, dann haben wir jetzt hier Ambient Occlusion, was normalerweise sichtbar wäre, aber jetzt eben nicht mehr. Und das ist eben das Auffällige, wenn man nur das hinzufügt, dann erscheint es halt nicht mehr. Sollte normalerweise der Fall sein, aber in der 5er Version funktioniert es nicht mehr. So, hier stellen wir jetzt die Frage, warum und lösen es natürlich direkt. Ja, und das ist tatsächlich so, es liegt an Lumen. Lumen und Ambient Occlusion, das passt nicht zusammen. Das geht nicht, weil das eine dynamisch ist und das andere halt dann belegt wird. Ich meine, ich hätte was vom G-Buffer gelesen. Es wird aber dann eher technisch, sage ich jetzt mal, ist für uns jetzt nicht so wichtig. Wichtig ist nur, wenn Lumen aktiviert ist, dann geht es nicht. Und wie können wir das Ganze beheben? Wenn du dazu spezifische Fragen hast, hau sie gerne in die Kommentare oder komm auf Discord vorbei. Dann können wir darüber gerne ein bisschen fachsimpeln. Jetzt erstmal einfach in die Projekt-Settings reingehen. Edit, Project Settings und dann suche hier einfach nach Static, reicht glaube ich schon. Hier, Engine Rendering allows Static Lighting. Und hier steht es auch schon, Disabling allows Material AO and Material Band Normals to work with Lumen Global Illumination. That's it. Wenn du das hier raushaust, dann verschwinden auch die Lightmaps. Ich zeige dir vorher am besten nochmal ganz kurz, was ich damit meine. So, denn wenn wir jetzt hier so einen Cube haben, dann haben wir natürlich auch verschiedene UVs. Und einmal ist hier eine Lightmap UV hinterlegt für Licht und Schatten, damit das gebagged werden kann. Das heißt, wir reden jetzt hier komplett über Baked Lighting, über alles was gespeichert wird in diesem oder auf diesem UV-Channel. Der andere ist natürlich hier für die Texturen gedacht und der entfällt dann eben. Und dann wird somit salopp gesagt Platz für Ambient Occlusion und dieser Channel, ja der ist dann halt komplett weg. Und in dem gesamten Projekt ist es dann, also in jedem Level, ganz wichtig, ist es dann nicht mehr möglich Baked Lighting zu benutzen. Wenn du das also brauchst, ist diese Option hier nichts für dich. Wenn du das ändern möchtest, kannst du das tun. Allerdings ist hierfür dann ein Neustart des Projektes nötig. Das machen wir jetzt kurz. So, Projekt ist neu gestartet und auf einmal erscheint alles, wie es erscheinen soll. Also perfekt. Es erscheint auch hier. Man sieht es natürlich nicht so deutlich, wie hier an unserem Testobjekt sozusagen. Das habe ich einfach nur so hinterlegt, damit man es auch wirklich sehen kann. Ja, und ich denke, das beweist es auf jeden Fall eindeutig, dass das möglich ist. Also wenn du Static Lighting überhaupt nicht mehr benutzen möchtest und zeitgleich nicht auf Ambient Occlusion verzichten möchtest, dann ist das auf jeden Fall dein Way to go. Ja, ich hoffe natürlich für immer, dass dir das Tutorial gefallen hat. Lass gerne ein Like da und natürlich ein Abo, um keine weiteren Tutorials mehr zu verpassen. Und hau deine Fragen natürlich gerne in die Kommentare oder komm in meiner deutschen Unreal Engine Community auf Discord vorbei. Der Link ist in der Videobeschreibe und selbstverständlich nochmal extra in den Kommentaren. Ich wünsche dir viel Erfolg bei deinem aktuellen Projekt und wir sehen uns wie immer im nächsten Tutorial. Unreal Engineer, out.